hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die quest truppen im feld anzunehmen bei bewahrter seffel in der maßstrom an folgender position hier sieht man auch die koordinaten nehmen die quest jetzt an dann darf ich hier diese speierkarte mit der rechten maustaste anklicken bin zu weit weg jetzt aber und hier habe ich die mission truppen im feld hier war eine beschreibung unserer trupps ziehe in die slots meine anhänger plus die trupps ab 100 prozent und dann gehe ich auf mission starten son im gange das sehe ich das truppen im feld läuft noch drei stunden und 59 minuten und da ist die mission auch schon abgeschlossen nun nur noch auf abgeschlossene missionen ansehen klicken mit der linken maustaste erfolgreich hatte ja hundert prozent noch auf die belohnung klicken mit der linken maustaste bekomme ein npc klicke hierauf weiter dann entweder hier auf x klicken oder es geht dann darf ich die quest bei bewahrter seffel abgeben in der maustrom an folgender position hier sieht man auch die koordinaten hoffe ich konnte euch helfen tschau